moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von nicht der weisheit letzter schluss ja dieses mal direkt für die tux tage 2022 ein jahren exklusiv stimmt ja nicht also ihr habt es hier bei den tux tagen als erstes gesehen und nachher natürlich in meinem kanal nicht der weisheit letzter schluss auf youtube oder bei piatube den desktop wechseln bei debian ist nicht von vornherein festgelegt was für ein desktop installiert also nicht so wie bei linux mint zum beispiel da gibt es eine xfce edition eine mate edition oder eine cinnamon edition bei debian habt ihr ein installations medium und die pakete die ihr für den ausgewählten desktop haben möchtet die werden direkt aus dem internet heruntergeladen da kommt zu einem zeitpunkt ein dialog wo ihr gefragt werdet ja welcher des tops soll es denn gerne sein das hier ist jetzt dieser dialog wo ich mir meine software so grob zusammenstellen kann und ich kann auch sagen welchen desktop ich gerne hätte wenn ihr das installiert habt das system und irgendwann denn so denkt naja gut die wahl war vielleicht doch nicht die beste ich möchte noch mal was anderes zumindest ausprobieren dann könnt ihr euch auch noch um entscheiden da gibt es dieses praktische programm das heißt task cell und dann bekommt ihr noch mal diesen desktop auswahl dialog wenn ich jetzt xfce doch nicht mehr haben möchte oder ich möchte einfach noch mal was anderes ausprobieren dann schnappe ich mir hier so eine shell und hole mir gut rechte das mache ich mit su minus da habe ich jetzt mein passwort eingegeben und wenn ich jetzt task cell eingebe dann habe ich quasi denselben dialog hier noch mal wie vorhin ist jetzt nicht grafisch also das ist dieser text modus ich möchte zusätzlich jetzt noch den lsdk xq desktop installieren da mache ich mit leertaste an die betreffende stelle ein sternchen und sternchen heißt das soll installiert werden mit tabulator kann ich rum springen zwischen den einzelnen elementen hier und auf ok gehe ich drauf dann wird es rot und ich sage hier enter und jetzt installiert er noch ein paar pakete mit dazu wenn die installation jetzt durch ist dann sind wir wieder zurück auf unserer konsole auf unserem terminal und ja sind wir jetzt einige so weit fertig dass wir an den anderen desktop mal ausprobieren können also mache ich ja einmal zu und gehe hier oben drauf und sage abmelden und nochmal abmelden und dann habe ich wieder meinen anmelde manager und ich kann zusätzlich hier oben auswählen welche sitzung ich haben möchte gerade eben hatten wir hier xfc diese sitzung und jetzt möchte ich mal lx cute ausprobieren wähle das aus gibt wieder meinen benutzernamen ein mein ultrasicheres passwort und schon habe ich einen anderen desktop wer debian benutzt wird es wahrscheinlich tun weil debian sehr stabil ist und innerhalb von dem support zeitraum ungefähr fünf jahre beträgt auch keine großen änderungen an irgendwelchen paketen vornimmt das debian team versucht nur sicherheitskorrekturen und andere korrekturen zu machen an den paketen und die versionsnummern halt gleich zu lassen von der software die mit dabei ist wenn ihr jetzt mal ein bisschen was aktuelleres haben wollt könnt ihr natürlich eine andere distribution nehmen oder ihr wechselt auf einen anderen veröffentlichungszweig also neben diesem stabilen zweig also der stable heißt beziehungsweise einen codenamen für die jeweilige debian version wie bullseye oder sonstwas hat könnt ihr auch den testing zweig nehmen dort kommen pakete rein die die ja vorgemerkt sind für eine kommende stabile debian version und so einen kandidaten status haben ein debian system umzustellen auf testing bedeutet gleichzeitig auch dass es so eine rolling release distribution wird da kommen immer mal wieder neue pakete rein und wenn ihr dann euer system aktualisiert dann kriegt ihr halt immer diesen testing stand an paketen mit neuerungen und vielleicht auch neuen problemen dazu das umstellen ist jetzt auch gar nicht so schwierig ihr habt eine paket quellen liste die aufzählt von wo pakete heruntergeladen werden können aus dem internet da könnt ihr eine globale datei nehmen die etc apt sources liste heißt oder ihr könnt in diesem verzeichnis das fast genauso heißt aber ein punkt die dran hat eigene dateien anlegen die halt spezielle paket quellen listen für verschiedene zwecke haben wichtig dabei ist dass die dateiendung punkt liste heißt wenn wir jetzt eine neue liste aufmachen die debian minus testing punkt liste heißt und wir da diesen inhalt reinschreiben über den echo befehl dann haben wir schon mal diese paket quellen liste erstellt und durch das apt get update holen wir uns die liste mit den neuen paketen da steht dann drin welches paket in welcher version von welchem server untergeladen werden kann und danach können wir einmal die software die wir bereits installiert haben aktualisieren dabei wird aber bloß bestehende software aktualisiert also es wird nichts dazu gefügt es wird auch nichts entfernt wenn jetzt von einer neueren version die im testing drin ist weitere bibliotheken gebraucht werden die noch nicht installiert sind auf eurem system wird das nicht aktualisiert also es bleibt weiterhin auf diesem stabilen zweig wenn ihr euer system jetzt komplett einmal umstellen wollte so dass apt auch weitere pakete hinzufügen darf oder auch mal was entfernen darf gibt es dafür apt get dist upgrade das darf eben wirklich alles umstellen auf diesen testing zweig testing ist jetzt natürlich schon ein bisschen neuer als das stabile debian und wenn ihr das jetzt noch aktueller haben wollt und so ein bisschen experimentierfreudiger seid könnt ihr auch den unstable zweig von debian verwenden da kommen die noch nicht wirklich oder überhaupt nicht getesteten pakete rein also da kann wirklich auch häufiger mal was schief gehen und da könnt ihr euer system auch drauf umstellen das sieht relativ ähnlich aus also ihr macht wieder so eine paketquellenliste dieses mal als schlüsselwort allerdings unstable und nicht testing und da könnt ihr eine zusätzliche paketquellenliste nach demselben schema anlegen dann wieder paketliste aktualisieren die bestehenden pakete aktualisieren oder wenn ihr alles umstellen wollt über das dist upgrade auf der kommandozeile könnt ihr auch ein editor wählen einige programme oder skripte so was wie wie sudo zum konfigurieren von sudo benutzern direkt über die kommandozeile rufen ein text editor auf je nachdem wie es gesetzt ist in eurem system habt ihr euren lieblings editor oder eben auch einen der euch nicht so unbedingt gefällt von daher könnt ihr über hier update alternativs minus minus konfig editor das setzen und dann könnt ihr euch einen editor aussuchen der eurem geschmack am besten entspricht wenn ihr ein laptop nicht nur fürs mobile arbeiten braucht und den quasi denn zu klappt und dann damit strom sparen möchtet sondern den eben auch für andere zwecke brauchen so wie ich zum beispiel ich mache auf laptop auch mal virtualisierung und dann klappe ich ganz gerne den deckel zu damit er nicht so einstaubt und naja damit dieses display auch ein bisschen geschützt ist viele distributionen sind so eingerichtet dass wenn ich den deckel zu klappe der rechner in ein standby modus geht und dann alle laufenden aktivitäten wie auch hier meine virtualisierung oder netzwerkverbindungen downloads und so weiter unterbrochen werden das kann natürlich vor euren anwendungsfall total super sein oder für mich eigentlich eher eine blöde sache daher habe ich zum deaktivieren von diesem verhalten mal was zusammengestellt da sind verschiedene methoden kombiniert damit es auch wirklich funktioniert zur abwechslung mal wieder einen weitere tipp wie ihr euer debian mit frischeren paketen bestücken könnt ihr könnt natürlich zu testing und unstable wechseln wie wir das schon vorher mal hatten aber ihr könnt auch einige spezielle pakete aus den sogenannten backports nehmen das sind pakete die speziell aus neueren distributionen auf stable zurückportiert wurden dafür gibt es natürlich auch wieder eine paketquellenliste die speichern wir dieses mal in dem namen bullseye-backports.list und der inhalt ist folgender dann aktualisieren wir wiederum unsere paketquellenliste damit unser paketmanagementsystem weiß welche paket es in welcher version von welchem server herunterladen kann und dann können wir pakete daraus installieren aus diesen backports die haben aber eine sehr geringe priorität so dass sie normalerweise nicht installierbar sind wir können aber durch den zusätzlichen parameter minus t und bullseye-backports sagen dass wir explizit aus diesem debian-zweig dem backports-zweig pakete beziehen möchten und dann können wir über apt-get install ein paket wie hier den freeipa client einfach installieren dann haben wir noch eine weitere art wie wir jetzt prioritäten von paketen festlegen können die nennt sich pinning wenn man jetzt pakete von testing oder unstable eingebunden hat dann haben die aufgrund ihrer neueren versions nummer eine höhere priorität dass sie im system installiert werden apt der paketmanager guckt einmal ganz allgemein nach einer priorität die kann man gezielt festlegen die ist standardmäßig so festgelegt dass die alle die gleiche priorität haben aber dann guckt apt wo es das neueste paket gibt wenn wir jetzt aus unstable beziehungsweise sit einzelne pakete rausziehen möchten die wir installieren möchten ohne wirklich alles komplett umzuschmeißen können wir über pinning festlegen dass die pakete aus unstable beziehungsweise testing erstmal eine sehr geringe priorität haben damit sie nicht automatisch beim upgrade oder disk upgrade installiert werden von der art her ist das so ein bisschen wie die backports die wir gerade eben hier hatten die werden ja auch nicht einfach so installiert sondern wir müssen beim installieren diesen minus t bullseye backports parameter mitgeben damit apt von da wirklich pakete bezieht ähnlich ist es denn hier wenn wir eine paketquellenliste für unser unstable hier habe ich es mal sit genannt und dort auch das ist dasselbe als sit und unstable ist wirklich dasselbe dann können wir dort die priorität für alle pakete die von dort kommen einfach mal runter setzen das ist das sogenannte pinning da machen wir eine zusätzliche konfigurations datei die wir unter etc apt preferences punkt d anlegen und dann denken wir uns in dateinamen aus ich habe den einfach mal sit minus 100 genannt weil wir die priorität auf minus 100 runterstufen und damit werden diese pakete normalerweise überhaupt nicht installiert das ist diese pinning priority dann legen wir natürlich noch fest für welche pakete es gelten soll da haben wir diesen package parameter und durch sternchen sagen wir das gilt für alle pakete dann habe ich ein weiteres filter kriterium wo ich den release zweig noch mal festlegen wo ich sage ich möchte alle pakete aus unstable mit dieser neuen priorität minus 100 versehen und wenn ich das gemacht habe muss ich natürlich wieder meine paketquellenliste aktualisieren und dann ist es so ähnlich wie bei den backports da muss ich explizit angeben dass ich die pakete aus dem sitzweig aus dem unstable zweig haben möchte diesen tipp habe ich euch ja schon so ein bisschen am anfang geteasert dass ihr auf einem raspberry pi auch das original debian installieren könnt im gegensatz zu dem raspberry pi os was ja ein paar vorteile hat ein paar nachteile hat habt ihr hier wirklich das original debian vom debian projekt das debian projekt hat eine eigene seite wo es images für den raspberry pi gibt also es gibt dieses raspy.debian.net da kriegt ihr so eine auflistung mit verschiedenen möglichkeiten was man damit machen kann und diese pakete werden jeden tag oder vielleicht jede nacht einmal neu gebaut und einige davon sind wirklich getestet also da probieren verschiedene leute diese pakete aus und geben so bewertungen ab ob dieses paket vom xy tag auch wirklich gut funktioniert hat und das liegt denn unter diesem testet images debian besitzt eine konfigurations datenbank die debcon feist dort schreiben pakete konfigurations parameter rein und die skript in diesen paketen werten die auch wieder aus und schreiben damit vielleicht konfigurations dateien und machen dieses und jenes diese dialoge wo man eventuell was auswählen kann das ist erstmal dieser normale interaktive mechanismus ihr werdet was gefragt das wird in die datenbank geschrieben und dann verwendet ihr könnt allerdings auch die debcon vorher mit werten belegen und dann auch noch sagt über debian frontend gleich non interactive dass diese fragen an den administrator nicht gestellt werden sollen denn jedes mal wenn so ein dialog kommt steht erstmal die installation und wartet auf weitere eingaben wenn jetzt diese techniken miteinander kombiniert dann habt ihr hinterher so ein skript und dann läuft das komplett durch und ist es genauso wie es haben wollt ohne dass irgendjemand meinen knopf drücken muss wenn wir uns jetzt mal angucken was es für parameter gibt gibt es die step conf minus get minus selections das wird alles zusammen geschrieben also da fehlen jetzt keine leerzeichen und dann bekommen wir eine relativ lange liste mit allen parametern die in der debcon drin stehen wenn wir uns jetzt bloß für einen kleinen teil interessieren zum beispiel das paket tz data wo die länderparameter und zeitzonen festgelegt werden dann bekommen wir ja verschiedene informationen daraus also das ist so der bereich hier dort wird dann festgelegt auf welchem kontinent wir uns befinden auf was die systemzeit eingestellt ist und was unser nächster ort ist also für deutschland ist es normalerweise berlin gibt auch noch büsing aber berlin ist eigentlich so das normale dann können wir diese parameter die wir vorher über das step conf get selections ausgelesen haben als so einen kleinen parameter block hier nehmen schreiben das in unsere skript datei rein über echo anführungszeichen bis da hinten geben wir es erstmal auf dem bildschirm aus aber wir möchten es weitergeben diese ausgabe an debcon set selections damit werden diese parameter gesetzt und dann kann ich hier meine umgebungsvariable setzen so dass wir kein interaktives frontend haben dass es keinen stopp gibt bei der installation und dann installieren wir das paket tz data und dann stellt es keine interaktiven fragen sondern guckt sofort in der depconft nach und sieht diesen parameter da wie die zeitzone eingestellt wird und so weiter und so fort und installiert das paket und konfiguriert das an den richtigen stellen in konfigurations dateien und ja dann haben wir unsere zeitzone und unseren standort soweit gesetzt man kann auch hinterher ein paket noch mal neu konfigurieren also die ist tz data paket kann ich neu konfigurieren und wenn ich diese umgebungsvariable debian frontend nicht gesetzt habe bekomme ich da denn auch wieder den konfigurations dialog wo ich mir diese einzelnen parameter denn ja wieder zusammensuchen muss also wieder wieder gefragt werde das noch mal wieder bestätigen muss wie es schon drin steht oder eben auch nicht und dann wird das paket noch mal neu konfiguriert beim anmelden von einem benutzer am system könnt ihr verschiedene dinge automatisch ausführen lassen es gibt da verschiedene möglichkeiten wenn ihr euch an einen desktop anmeldet dann gibt es vielfach so eine art auto startverzeichnis wo ihr einfach skripte angeben könnt die automatisch ausgeführt werden sollen wenn ihr das ganze aber so machen möchte dass es auch schon passiert wenn ihr euch zum beispiel über ssh anmeldet oder über eine textkonsole dann gibt es ja methoden damit es quasi immer funktioniert da können wir unter etc profile.de skripte ablegen die werden beim anmelden ausgeführt oder wenn ihr jedes mal wenn ihr eine bash shell öffnet dann könnt ihr es in diese skript datei reinschreiben ihr könnt damit zum beispiel ja neue kommandos definieren so ein alias anlegen um damit verschiedene dinge zu automatisieren oder einfach längere parameter zeilen zusammen zu packen und ein griffiges kleines kommando draus zu basteln also ich habe das zum beispiel hier gemacht he das entfernt die history also meine best history löscht ihr einfach einmal auf diese methode dann auf die andere weise löscht diese history datei also eingegebene befehle die ich auf dem system gemacht habe und hinterher wird meine konsole auch beendet durch das exit das kommando heißt hier he beziehungsweise sein alias auf diese einzel kommandos ich muss jetzt nicht mehr das hier tippen was jetzt blau ist sondern ich kann einfach he enter eindrücken und dann wird hier der verlauf speicher gelöscht und die shell wird auch gleichzeitig noch beendet so was kann ich denn ablegen in einer neuen datei in diesem verzeichnis und diese datei heißt ein mai dieses punkt es haben und das ist das nächste mal der verfügbar wenn ich mich am system angemeldet haben damit es bei jedem öffnen von einer shell ausgeführt wird kann ich jetzt den inhalt von dieser gerade erstellten skript datei auch noch nehmen gebe den über cat aus zeichnet es normalerweise in meiner shell direkt aber diese ausgabe leite ich weiter und füge diese ausgabe an der bash.bashrc an der doppelfall bedeutet es wird ans ende von der datei angefügt wenn ich einen einfachen file plus hätte dann würde diese ziel datei überschrieben also alles was vorher drin ist wäre dann weg aber ich möchte es anfügen und wenn ich das unter etc.bash.bashrc einstelle dann gilt es für alle benutzer ansonsten hätte ich auch bei mir in meinem home verzeichnis eine lokale bashrc datei wo ich dinge eintragen kann die bloß für meinen benutzer gelten sollen dann kann ich auch andere dinge damit machen ich kann zum beispiel hier den suchpfad für ausführbare programme erweitern durch ein zusätzliches verzeichnis wo einfach drin geguckt werden soll wenn ich jetzt sowas eingebe wie das cat hier da muss ich nicht den ganzen fahrt angeben also ich muss nicht eingeben hier schrägstrich bin schrägstrich cat sondern ich kann einfach bloß cat eingeben genauso ist es für grafische umgebungen wo ich denn sowas eingebe wie kdn live oder obs da muss ich eben auch nicht den ganzen fahrt usr bin obs oder sowas eingeben sondern der kommandoname reicht also ich tippe dann bloß obs ein zum beispiel damit das ganze funktioniert gibt es eine umgebungsvariable die hier ist in großbuchstaben und dort werden verzeichnisse aufgelistet in denen gesucht werden sollen nach diesen ausführbaren dateien und dann wird dadurch geguckt und dann wird das aufgelöst zu dem vollständigen verzeichnis dateiname bei zusätzlichen programmen die ich vielleicht installiert habe oder in meinem fall hier diese trinity desktop umgebung da liegen die zusätzlichen ausführbaren programme unter schrägstrich ob schrägstrich trinity schrägstrich bin und darum muss mein fahrt dieser suchfahrt erweitert werden damit ich auch mein text editor mein kate oder auch mein zweispalten datei manager crusader drin habe ohne dass ich den kompletten fahrt angeben muss das können wir wiederum ablegen in einer zusätzlichen datei die ich hier mal so genannt habe und das ganze wird in dem verzeichnis hier abgespeichert und dann gilt diese erweiterung für den suchfahrt für alle benutzer so dass jeder einfach muss das kommando ein gibt ohne den ganzen fahrt eingeben zu müssen ja auch wenn die bieren schon wirklich sehr sehr viele pakete mit im paketbestand hat kann es natürlich sein dass die eigene gewünschte anwendung nicht enthalten ist das kann zum beispiel ein web browser sein sowie brave also die pflegen eine eigene paketquelle die kann man dazu einbinden oder mein trinity desktop environment das hat auch eine eigene paketquelle die ich für die biern einbinden kann die es aber auch für bunto und co gibt damit das ganze in meinem system auch verfügbar ist lade ich mir meistens ein signatur schlüssel herunter viele projekte bieten dafür eine signatur schlüssel debian datei an die das ganze im system verankert lade ich mir über weget in diesem beispiel mal herunter das ist eben dieser keyring also so ein schlüssel bund damit werden die pakete auch signiert die ich danach beziehe so dass mein paket manager der apt überprüfen kann ob die pakete auch alle in ordnung sind nicht verfälscht wurden also das sichert das ganze noch mal ab der minus o parameter sagt dass ich das exakt dort ablegen möchte was runtergeladen wurde dann installiere ich dieses paket über dpkg minus dpkg ist selbst der paket installer auf niedrigerem level also der löst keine paket abhängigkeiten auf er kann einzelne debian pakete installieren und die abhängigkeiten muss man eventuell hinterher noch gerade ziehen aber bei so einem einzelnen paket zu einem schlüssel bund hier ist das kein problem danach kann ich auch schon wieder diese debian datei löschen die braucht bloß einmal um diesen schlüssel bund an die richtige stelle in meinem system ja entpacken zu lassen damit diese schlüssel hinterlegt sind dann baue ich mir eine neue paket quellen liste die sieht jetzt für das bullseye so aus lege ich in dieser datei ab das ist quasi so wie wir schon mehrfach hier gesehen haben und dann hole ich mir wiederum die informationen über neue pakete und dann kann ich pakete auch installieren die es in dieser paket quelle bei trinity desktop.org gibt also ich kann jetzt mein crusader minus trinity damit installieren oder auch den ganzen desktop mit dazu ja das erweitert auch noch mal die möglichkeiten eures debian systems um noch mal mehr pakete rein zu bringen und bei zusätzlichen paket quellen die nicht vom debian projekt ja maintained werden also nicht überprüft werden da muss man natürlich wissen ob man dem hersteller oder dem maintainer vertrauen möchte so damit wären wir jetzt auch durch mit den elf tipps zu debian 11 ich hoffe es hat euch geholfen vielleicht noch mal ein paar einblick in debian gebracht die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind was man damit vielleicht noch mal machen kann wenn ihr jetzt meint die software ist zu alt könnt ihr euch neue reinholen natürlich wiederum mit dem nachteil dabei dass dinge die sehr neu sind weniger getestet sind als das was als stabil drin ist ansonsten macht es nach macht es nicht nach abonnieren hier glocke drücken und ja bis dann vielleicht in meinem kanal wenn ihr es jetzt bei den tux tagen gesehen habt ich mache halt relativ viel solche dinge die nicht unbedingt was mit desktops zu tun haben ich bin halt dienstleister und ja eher server bereich administration automatisierung und solche sachen von daher ist das ein anderer bereich als was ja normalerweise zum beispiel bei linux guide seht und tschüss